Das Mototeam ist auch in diesem Jahr auf der Motorräder 2014. Wir stellen euch unser Kurventraining vor. Ein Kurventraining auf verschiedenen Strecken in ganz Deutschland. Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder erfahrene Motorradfahrer und natürlich Motorradfahrerinnen werden bei uns individuell betreut. Mit Freude und Spaß in den Kurven und dabei seine eigenen Sicherheitsreserven ausbauen. Das ist unser Ziel, denn jeder kann jede Kurve noch ein bisschen besser fahren. Egal ob Kurventraining oder Rennstreckentraining, es gibt jede Menge Neues in diesem Jahr bei uns. Alle Informationen und deine Verbindung zu uns natürlich im Internet unter mototeam.eu, über Facebook oder die Mototeam App. Ja, Femberg ist ein Online-Magazin für motorradbegeisterte Frauen. Es gibt es jetzt im vierten Jahr und es besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist eine journalistische Komponente mit Reiseberichten, Informationen zur Bekleidung, Lifestyle-Themen. Also kein Tuning und Racing, was man ja sonst eher so in der Motorradpresse auch liest, sondern wir haben oft auch so psychologische Themen, wie der Einstieg nach einem Unfall oder wie fühle ich mich zum ersten Mal in einer neuen Gruppe oder ein neues Motorrad, ist das zu groß für mich? Solche Geschichten. Und der zweite Teil, das sind konkrete Angebote für Frauen, das sind Sicherheitstrainings, Technikkurse und Reisen. Unter der Adresse www.fembike.de Ja, hallo, wir befinden uns hier auf der Dortmunder Motorradmesse. Und dieses Jahr haben wir insgesamt vier Neuheiten, die wir auch hier auf der Messe den Kunden vorstellen. Zum einen haben wir ein Matt-Wachsspray, um Matte, Motorradlacke zu reinigen, zu pflegen. Wie der Name schon sagt, es ist so ein Wachs mit drin. Und wichtig ist, die Matt-Optik, die bleibt erhalten. Dann haben wir herausgebracht eine Sitzbankpflege, um die Sitzbank zu reinigen, sie zu pflegen. Schützt auch gleichzeitig die Sitzbank vor UV-Strahlung. Und was an diesem Produkt wichtig ist, ist absolut silikonfrei, dass der Fahrer nachher nicht nach der Anwendung drauf rumrutscht. Dann haben wir herausgebracht einen Lederreiniger, um die Grundreinigung an Lederkombis vorzunehmen. Ist für alle glatten Leder. Kann man natürlich auch für die Couch-Garnitur zu Hause nehmen. Und als viertes Produkt haben wir einen Kratzerentferner herausgebracht. Es ist sehr materialschonend, da ohne Schleifpapier gearbeitet wird. Und man kann den Vorgang beliebig oft wiederholen, bis man sich an den Kratzer angearbeitet hat. Der Kratzer wird vollständig entfernt, also wird nicht nur durch Wachse abgedeckt. Deine Kratzer Die Kratzer